Ich glaube das war ein Stiss aus dem Wald. Also muss ich da hoch. Ich komme da hoch. Ich komme da rein. Halla, ich habe es gesehen. Ich habe ihn gekillt. Wir sind gleich hier. Ja, einen habe ich. Jetzt ist einer da vorne. Kannst du doch ein Ding holen? Ja, komm. Bomben, pass auf. Okay, weiter gehts. Halt die Bounty. Auch im Rappen oder nicht? Ja, sicher auch im Rappen. In Süden. Kommen wir auch in Süden. Oder bringen ihn um. Warte, warte, warte. Ich bin ich gewesen. Was machst du? Falle. Ja, wir können aber nicht weiter machen. Absecken. Hast du Glück, wo du bist? Nein, ich schaue. Komm nicht drüber! Wo bist du? Kommt raus. Ist er in der Tür? Doch, er ist mit der Tür. Was ich gesagt habe. So geil! So geil! Ach du, Stacheldrott. Schau, der hat auch noch zwei. Geil. Scheisse. Aber der Stacheldrott ist geil. Schau, ich wäre wirklich fast reingestanden. Hä, wieso ist der nicht reingestanden? Ja, er ist natürlich auch da gestanden. Da hinten. Ich dachte, der kommt aus der Tür raus. Der hat sich gleich geputzt. Der hat auch noch ein Ding dabei gehabt. Ein ewiges Leid. Warte, ich muss noch die Falle weg machen. Den tausche ich gleich. Oh, weisst du? Stopp, da zünde ich noch an. Da könnten Falle Dings sein, gell? Ja. Aber nicht! Hier hat es gerade ein Ding gehabt. Was? Eine Laterne. Aha, ich bin keine Rolle. Du hast schon Geld. Ich habe noch mal eine. Gehen wir? Gehen wir in Ordnung, oder? Nein! Shit! Gut, ist niemand oben. Du hast auch noch einen zum Ausrauben. Den habe ich schon. Das bin ich, Achtung! Bin ich, Achtung! Nein! Ich habe nicht gesehen, dass du es fast geschossen hast. Nein! Scheisse, teils! Nein!